Der Countdown läuft. Am 3. Oktober startet wieder die Lila Logistik Charity. Eine coole Veranstaltung. Sie verbindet alles, was die Faszination Radsport für uns ausmacht, mit einem guten Zweck. Alle Erlöse gehen zugunsten von drei verschiedenen Kinderstiftungen. Was kann man Besseres tun? Spaß haben, seinem Hobby frönen und dabei noch Gutes tun. Ich bin dabei.